ein herzliches hallo von mir an euch herzlich willkommen zurück zu dead by daylight zurück bei dead by daylight oh gott es ist früher morgen ich hoffe ihr habt jetzt mein handy nicht gehört es geht ja schon super los wir haben hier nämlich so wartet mal wir haben hier nämlich drei survivor mit einem medikett okay wir haben drei survivor mit einem medikett und wir haben ein survivor mit einer karte und ein survivor hat sich übrigens auch die map gewünscht da kriegt jemand weg ich hau einfach mal drauf so wann ist mein tahnmodus ready jetzt stalky 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 oha oha was macht ihr hier ich schlag die einfach alle an übrigens es ist ja habe ich das schon erwähnt dass es meine erste runde ghostface ist ich weiß es nicht ich bin so verwirrt in dieses video gestartet genau so geht es weiter ich weiß auch wenn ich die survivor schlage dann geht ja fortschritt verloren von meinem stalking will ist halt jetzt schon verletzt ich eigentlich muss ich ihn nicht weiter stalken hier oben war jemand jemand enttarnt mich schon wieder oha ghostface ich spiel ihn tatsächlich zum ersten mal hallo ich kann gerade leider nicht stalken dann haue ich einfach so drauf oh nicht schlimm ich weiß gar nicht ich habe folgende talente mit ich bin ganz ohr äh was habe ich noch dabei ich bin ganz ohr ruin ich habe nöt eingeparkt weil ich nicht wusste wie die runde für mich laufen wird und wie hieß das das eine perk da oben in der mitte das die generatoren blockieren sobald ich jemanden trage und ich sehe da hinten ist jemand dran weil der ist nicht blockiert na 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 du enttarnst mich nicht okay was ist das hier für ne ne lustige truppe wie heißt das talent nochmal mit den blockierten gens jetzt ging es nicht weil es eine abklingzeit hat oh knapp daneben ist auch vorbei ich kann rein juridisch wieder stalken aber ja sie ist halt jetzt verletzt sie wird auch direkt die palette ziehen glaube ich ja sie wartet extra huch mensch meck ich habe jetzt irgendwie nicht mit dir gerechnet gut ich möchte gerne noch ein bisschen mehr stalken ich meine ich bin ghostface ich muss doch unsichtbar ich muss doch hier ach verdammt sie kann mich enttarnen okay hat sie aber nicht nirgendwo wird gearbeitet ach so geht das rein juridisch wo verdammt nochmal irgendjemand will mich enttarnen aber ich möchte das nicht aber hier oben der hat getuckert gehen den jetzt treten da das ist schon wieder nee 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 ne meck ach so du bist ja die mit der karte deswegen hast du ruinen gefunden aha 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 okay unsere fähigkeit ist wieder aktiv ich kann quasi gleich wieder stalken schaffe ich das bis dort runter ja welcher jen ist denn rot das verpasst mensch meck warum rennst du mir denn immer so ins gesicht ach david du läufst wie so ein kleiner zinnsoldat bisschen ich hatte ich übrigens auch noch nicht eng geblieben wirklich jetzt haben wir übrigens gerade ich bin ganz hoh am einsatz ihr seht das wenn die irgendwo drüber springen schnell dann sehe ich die aura für ein paar sekunden geht doch so dann habe ich dich jetzt auch mal am haken dann gehen wir aber gleich wieder wenn wir aus seinem blickfeld raus sind in unsere fähigkeit so kurz gucken ich glaube ich gehe mal da hoch ist niemand noch schade ist niemand ach da ist irgendjemand sie wissen auf jeden fall dass wenn sie mich angucken enttarnen sie mich zweite jen ist an das ist okay balanced landing die passt halt auf ne die ist nicht ganz dumm kein balanced landing würde ich sagen ich bin wieder ready in meiner fähigkeit sie wird über die palette springen schade ich sehe dich Mac sehe wo du hingehst bleib bei mir ich weiß nicht sie hing glaube ich gerade erst oder das ist eigentlich ein bisschen unfair eigentlich ist es ein bisschen unfair egal die leute müssen weg so welcher denn ist rot gar keiner doch dort hinten oh ganz hinten am anderen ende oh sie ist jetzt hat er sich tot rot ja da war glaube ich rot oder hier ist niemand zumindest ist niemand dran heißt nicht dass hier niemand ist ist die auch da oben an den maprand gegangen oder der gut ich muss sagen dadurch dass ich jetzt ja das hat oben habe wusste ich dass der bill derjenige ist der hoch gestalkt ist und die Mac ist auch fast fast hoch gestalkt vielleicht kriege ich sie noch ich hätte halt sonst jetzt anhand es tut mir leid warum klingelt mein handy gerade die ganze zeit sonst ist nie was wenn ich hier aufnehme und jetzt ich hoffe ihr hört es nicht ähm hallo Mac cool ey Ghostface ist gar nicht mal so übel muss ich sagen Ghostface macht tatsächlich ein bisschen Spaß aber ich glaube ich habe halt auch nettes Survivor oh hallo David nettes Survivor für den Anfang bekommen äh dies mir dies mir recht angenehm machen hier gerade äh zum Ziel zu kommen kann in den Tarnmodus aber ich gehe von aus aber ich gehe von aus David und oder Bill sind hier noch irgendwo deswegen ich gehe mal die Jens ab nicht die Jens ab Moment ist oben hier ist gar nicht oben wir haben keine Obsession im Spiel Bill I'm I'm sorry ich hätte ihn jetzt liegen lassen können ich weiß aber ich bin ein Killer okay ich bin ein Killer und ich möchte gerne eine erfolgreiche erste Runde Ghostface wobei ich habe schon zwei Leute am Haken umgebracht so schlimm kann die Runde gar nicht mehr werden und die anderen oh guckt mal da ran dass ich jetzt nur noch zwei Hakungen überhaupt haben offen habe da links ihr seht da diesen Kreis weiß ich dass beide am nächsten Haken tot sind David und Meg ich glaube David wird dann bestimmt die Luke finden weil ich mich einfach also hier mit Luke und so bin ich immer am Poppes kann nur hoffen dass er mich vielleicht ähm enttarnt und ich dadurch rausfinde wo er ist wenn er die Luke sucht schaffe ich es zu dem Haken kann das immer nicht einschätzen so wo ist die Luke ist er jetzt erst gespawnt die ist hier drin die ist hier drin wo geht's rein Hä? Nicht doof? Wow. Erstmal die Luke nicht gefunden, weil ich nicht dran gedacht habe, dass man ja von oben rein muss, wenn die unten die Jens noch nicht gemacht haben. So. Aber ich denke, er hat gute Chancen. Die Ausgänge sind gut verteilt. Und Nöd ist noch da. Wenn er rauskommt, hat er es verdient. Oh nein, der arme. Geh raus. Hier. Geh. Geh raus, David. Tut mir ein bisschen... Ein bisschen tut es mir leid. Wie er ganz andichtig zu Boden schaut. Okay. Okay, David soll gehen, okay? Uh, Ghostface macht Spaß. Das war echt cool. Guckt euch das an. Einfach ein Doppelpipp. Und die Lobby war gar nicht so schlecht. Ja. War gar nicht so übel. Also. Wir halten fest. Wir halten fest. Ghostface macht Spaß. Es war eine erfolgreiche erste Runde. Ich habe mich nicht blamiert. Ich glaube, es wird noch Runden geben. Da läuft es ganz anders mit diesem guten Killer hier. Aber für diese Folge ist auch direkt schon wieder Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. An alle, die im Stream immer dabei sind. Ihr dürft jetzt auch für Ghostface voten. Ein neuer Killer in der Liste. Und wir sehen uns sehr gerne nächste Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss.